Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Eason Meteor Hunter. Wir haben gerade die Rutsche-Erfolge abgeschlossen und machen wir nochmal weiter. Gucken wir, was sich jetzt erwartet. Ach du Todes-Poro. Nehmen wir mal Poro. Gucken wir, was sich jetzt mal auf uns wartet. Nehmen wir nicht mehr um das, was sich jetzt auf die Rutsche-Erfolge verabschiedet wurden. Nein. Und auf eine Noe ist. Okay. Was ich auch versuchen könnte wäre zu springen und daneben zu springen. Okay. So, so reichlich. So schmann ich. Aber es ist möglich, das weiß ich. Ich fahr jetzt ein bisschen machen soll, ob ich warten soll, ob ich noch was schminken sollte. Wann weiß ich es nicht? Nein. 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 Wann weiß ich es nicht? Nein. Genau. Nein. Nein. Nein, ich bin da nicht gut. Ich wollte nicht so weit nach links. Nein, ich bin da nicht so weit nach links. Ich bin da nicht so weit nach links. Nein, das war zu dicht. Ich wusste auch so. Naja, versuch nur ein Stück. Aber ich schaff das irgendwann mal. Nein, das ist jetzt wenigstens. Ich bin da nicht so weit nach links. Ich bin da nicht so weit nach links. Ich bin hierfür reingesprungen. Ich bin da nicht so weit nach links. Ich bin da nicht so weit nach links. Nein, wird nicht dran gewesen. Hm. Das war's. Nein, ist schon wieder. Geht da nicht mal wieder Platz, ist nicht mal sehr gut. Oh, nee. Okay. ok 30% Ich sage es gerade noch, ich weiß, ich muss auch sagen. Ich sage es gerade noch, ich weiß, ich muss auch sagen. Ich sage es gerade noch, ich weiß, ich muss auch sagen. Nein. Das ist heute wo man zu schaffen soll. Nein. Das ist heute woanders. Das ist heute woanders. Nein. Nein. Zu langsam gewesen. Das ist heute woanders. 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 Das ist heute woanders.